hi leute heute für euch im test die geisha red club das ist eine rote blinker batterie also so ähnlich wie die nico red tears oder die veco tanz der vampire wobei hier diese red club um einiges geiler ist viel spaß mit dem video richtig richtig geiles gerät und